Um unsere EM-Damen zu trösten, bricht er das Protokoll. Was für ein Fußball-Krimi! In Wembley kämpften die DFB-Frauen um den EM-Titel und Unterlagen den Engländerinnen. Dafür gab es einen reialen Tröster. Das EM-Finale im Frauenfußball stand für Deutschland unter keinem guten Stern. Kurz vor dem Spiel wurde bekannt, dass Teamkapitänin Alexandra Poppy Pop aufgrund von muskulären Problemen nicht auf den Rasen darf. Die deutschen Fußballdamen gaben zwar alles, für den Sieg reichte es nicht. Am Ende dürften die englischen Fußballerinnen nach ihrem 2-1-Sieg den Pokal von Prinz William, 40, entgegennehmen. Der eingefleischte Fußballfan hatte von der Tribüne aus seine Mannschaft angefeuert, begeistert bei den beiden Toren gejubelt. Nach dem Spiel zeigte er sich als fairer Gastgeber und spendete der deutschen DFB-Elf Trost. Die emotionalen Fotos und wie Prinz William der deutschen Nationalmannschaft Trost spendet, könnt ihr im Video oben sehen. Die emotionalen Fotos und wie Untertitelung des ZDF, 2020